Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Disney Dreamlight Valley. Nach diesem fantastischen Abenteuer beim letzten Mal von Vanillo P. wollen wir uns heute noch um die anderen Aufgaben kümmern, die wir einmal bei Belle haben und einmal bei Ursula. Von daher suche ich jetzt Ursula mal als erstes. Belle sehe ich rumwandern, Ursula nicht. Okay, dann Pech, dann gehen wir jetzt einfach zu Belle und fangen wir eben mit ihr an. Schauen wir mal, was sie für eine Aufgabe für uns hat. Das Biest lassen wir weiter im Schlepptau. Na, lauf doch da nicht in die letzte Gasse. Ich habe dir eine spannende Geschichte über eine Schatzsuche zu erzählen. Hast du Zeit, sie zu hören? Eine Schatzsuche, ja natürlich. Nun, da du mir geholfen hast, meine Erinnerungen zurückzubekommen und mein Arbeitszimmer wieder einzurichten, habe ich mich weiter durch mein Tagebuch gelesen. Dadurch habe ich noch mehr Dinge über meine Vergangenheit im Tal entdeckt. Kurz bevor das Vergessen begann, war ich auf der Spur von etwas, das sich die Chroniken der Uralten nennt. Die Chroniken der Uralten? Was ist das? Ich denke, es könnte ein Buch sein. Aber etwas seltsames ist passiert. Es gibt Teile meines Tagebuchs, in denen ich keinen Sinn erkennen kann. Die Buchstaben verschieben sich und schimmern. Ich habe mich gefragt, ob du einen Blick darauf werfen könntest. Es ist bei mir zu Hause. Ich werde es mir mal ansehen. Hoffentlich genießt das Biest seinen Besuch hier. Ja, bestimmt. So, bei mir zu Hause. Das heißt, wir gehen einmal ins Schloss. Hier muss ich auch noch umbauen. Ich muss überall noch umbauen, um noch so viel zu machen. Aber es fehlt halt das Material auch. Ah, da liegt es. Dachte ich mir doch. Okay. Die Chroniken der Uralten. Alle Punkte. Versteckt. Eine Insel entfernt. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Hm. Da habe ich auch irgendwas gebaut anscheinend. Kehre zu Bell zurück. Na? Lässt du uns auch raus aus dem Schloss? Reingekommen sind wir? Ah, jetzt. Konntest du dir einen Reim auf mein Tagebuch machen? Da war eine Seite aus dem Tagebuch der Herrscherin drin. Die Chroniken der Uralten befinden sich auf einer Insel außerhalb des Tals. Es ist nicht im Dreamlight Valley? Oh nein, das bedeutet, dass es für uns verloren ist. Ich habe Ariel auf einer Insel abseits des Tals gefunden. Sie hat dort eine Menge mysteriöser Artefakte unten im Wasser gefunden. Vielleicht kann sie uns helfen. Ich bin sicher, dass wir es finden. Ich hoffe, du hast recht. Ich würde dieses Rätsel wirklich gerne lösen. Ich werde Ariel fragen, ob sie jemals so etwas wie die Chroniken der Uralten auf ihrer Insel gefunden hat. Okay, das heißt, wir suchen Ariel. Schauen wir mal. Hier durch, da durch, dort rum. In der letzten Ecke steht sie. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Ähm, hallo. Du siehst aus, als würdest du mit mir über etwas reden wollen. Wie kann ich helfen? Bell sucht nach etwas, das die Chroniken der Uralten heißt. Es soll auf einer Insel außerhalb des Tals versteckt sein und ich dachte mir, dass du uns vielleicht helfen könntest. Oh, ich würde Bell liebend gerne helfen. Lass mich überlegen. Weißt du was? Es gab auf der Insel etwas Seltsames. Etwas Glühendes, stecken geblieben unter einigen Felsen. Ich habe nie herausgefunden, was es war, aber vielleicht ist es das, was du suchst. Danke, Ariel. Ich schaue gleich mal nach. Danke. Ja, bitte. Benutz das Floß am schillernden Strand, um zu Ariels Insel zu fahren und die Truhe zu untersuchen, die hinter Felsen gefangen ist. Okay, das machen wir doch. Gerne machen wir das. Ah, vorher noch ein bisschen hier die, das Unkraut wegpflücken. Dass ich die Aufgabe auch irgendwann mal löse. Gucken wir mal. Okay, wir sind hier. Mit dem Biest sogar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, können wir da was einsammeln? Nee, wir können wieder nichts einsammeln. Die Muschel. Ich glaube, hier ist wirklich nicht dafür gedacht, dass man irgendwas sammelt. Okay. Ah, hier. Schwere Steine sind auf einer leuchtenden Truhe aufgetürmt. Es wird eine enorme Menge Kraft erfordern, die Steine zu entfernen. Ich habe doch das Biest dabei. Äh, kehre zu Bell zurück. Na gut. Dann kehren wir eben zu Bell zurück. Ich habe jetzt gedacht, naja, das Biest ist doch dabei. So. Bell, Bell. Wo bist du? Da. Da. Mal schauen, ob sie rauskommt, wenn wir reingehen. Ja. Mal wieder. So. Ähm. Nein, nicht betreten. Ich will bitte sprechen. Hallo. Ähm. Du bist wieder da. Hast du etwas auf der Insel gefunden? Ja, es gibt eine Truhe, die unter einigen Steinen steckt. Ich konnte nicht an sie herankommen. Das muss es sein, wonach wir suchen. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie unter den Steinen hervorkommen. Vielleicht schaffen wir es ja zu zweit, sie zu heben. Nichts kann uns aufhalten. Ich bin ganz deiner Meinung, obwohl, ich denke, wir sollten das Biest um Hilfe bitten. Es wäre gut, wenn er uns bei unserem Abenteuer begleiten würde. Er ist sehr stark für den Fall, dass wir das brauchen. Ich werde ihn fragen und ich werde ihm ein paar Materialien mitbringen. Vielleicht will er ein paar Werkzeuge herstellen, um uns zu helfen. Das ist eine wunderbare Idee. Dann können wir alle zusammen auf die Insel gehen. Du, das Biest, Ariel und ich. Oh, und Bobette, vielleicht solltest du etwas anziehen, das schmutzig werden kann. Das könnte dein abenteuerliches Outfit sein. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, ein Abenteuer zu erleben. Okay, ich brauche Seile und Eisenbahnen. Gehen wir doch. Na gut, gehe ich halt zurück. Ist ja egal. Das müssen wir anscheinend im Inventar haben. Wie schaut eigentlich mein Inventar aus? Das ist recht voll, würde ich mal behaupten. Von daher werden wir uns jetzt einfach mal ein klein wenig ausleeren. So, die haben wir ja schon durchgeschaut. Das können wir alles verkaufen. Ihr könnt auf jeden Fall rein. Ihr seid voll. Ihr seid voll. Die nicht. Aber da habe ich wirklich viel zu wenig. Ihr könnt raus. Und dann haben wir... Okay. Die Fische. Okay. So, tun wir mal die Bonbons raus. Die tue ich jetzt so unten wieder zu. Die Bubble Tees tue ich raus. Die Heringe tue ich raus. Dann... So, einmal Kohle. Einmal Stein. Dann kommt hier... Oh, da wollte ich jetzt den Sand rein tun. Aber der Sand kommt ja... Hier vorne bei den... Ah, okay. Den habe ich ja verbraucht. Den habe ich hier vorne mit rein. Weil ich mir dachte, Steine, Kiesel, Sand. Und das passt. So, das ganze Gold, was wir gesammelt haben in der Höhle bei dem Spiel waren 43 Stück. Wahnsinn. Dann habe ich noch Erde. Zack. Die Fische, würde ich sagen, hebe ich jetzt dann ganz einfach mal auf im Inventar. Die stören mich jetzt halt nicht. So, und... Und... Der eine Mais... Ups... Kommt hier rein. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir vier Seile und zwei Eisenbahnen. So, vier Seile und zwei Eisenbahnen. Gibt die Materialien dem Biest. Bitteschön. Hm, was ist das alles? Nun, es ist, weil Bell Hilfe braucht. Bell? Was kann ich tun? Sie will unbedingt die Chroniken der Uralten finden. Es liegt auf der Insel außerhalb des Tals. Wir brauchen deine Hilfe, um ein paar schwere Felsen zu bewegen. Ich habe dir ein paar Materialien mitgebracht, falls du etwas basteln willst, das dir hilft. Bitte, bitte. Glaubst du, dass du das schaffst? Versprich mir nur, dass du dein Temperament unter Kontrolle hältst. Hm, ich gebe mein Bestes. Und danke für die Materialien. Jetzt geh voran. Alles klar. Wir gehen wohin? Geh zurück zu Ariels Insel. Optional stelle dir ein rustikales Outfit zusammen. Oh, ein rustikales Outfit. Schauen wir mal. Ah, okay. Wir können eine Latzhose anziehen. Wir ziehen Schmierstiefel an. Und was ist das hier? So ein rustikal. Okay. Und Schneehandschuhe. Nee, brauchen wir nicht. Aber komm, dann nehmen wir uns noch eine braune Tasche mit. So. Jawohl. Dann haben wir das. Dann zurück zu Ariels Insel. Halt. Du musst noch weg. So. Ist das nicht der schönste Tag, den du je gesehen hast? Ich habe schon schönere gesehen. So. Sprich mit dem Wiest. Ich bin froh, dass du hier bist. Ja. Schlaf halt ein beim Reden. Ich bin bereit, die Steine zu versetzen. Sag mir einfach, welche ich entfernen soll. Es sind die, hinter denen etwas leuchtet. Ich sehe sie. Sieh zu, dass du und Belle zurückbleiben. So, es ist erledigt. Gut gemacht. Und niemand zerquetscht. Ähm, danke. Nimm die Schriftrolle aus der Trübe. Und wir haben. Öh, Zeichen. Okay, das hat irgendwas mit Meerjungfrau vielleicht zu tun. Das sind Inseln. Das sind Bäume. Das ist Feuer. Hm. Gucken wir mal. Äh. Sieht ihr die Schriftrolle genauer an? Habe ich doch gemacht gerade? Sprich mit Belle. Okay. Ähm, Robert, ich bin so neugierig. Was steht auf der Schriftrolle? Es war eine Erinnerung. Sie zeigte mir einige der Symbole. Glaubst du, sie haben etwas mit dieser Truhe zu tun? Ich habe keine Ahnung. Nun, ich muss wissen, was in der Truhe ist. Ich werde sie öffnen. Ähm, ja, lass uns das machen. Ähm, ich bin froh, dass du das auch so siehst. Ja, ich bin gleich wieder da. Äh, oh, sie ist verschlossen. Aber hier steht etwas geschrieben. Äh, um das Geheimnis im Inneren zu lüften, muss man die verstreuten Symbole im schnellsten Gemälde aller Zeiten aufspüren. Ähm, das muss aus der, äh, aus der Erinnerung sein. Ich bin sicher, du hast recht. Aber was bedeutet das schnellste Gemälde aller Zeiten? Oh, ich hab's, ich könnte mal eine Kamera benutzen. Äh, sie macht ein Bild, also schätze ich, dass man es als Art Gemälde sehen könnte. Deine Magie verblüfft mich immer wieder. Also, mal sehen. Auf der, äh, Inschrift steht auch, das Licht des Mondes wird es besser sichtbar machen. Das erste befindet sich in der Nähe. Hm, das erste Symbol, das ich finden muss, ist hier irgendwo in der Nähe. Und ich, äh, werde es nachts besser sehen. Wir sollten keine Zeit verlieren und gleich damit beginnen. Äh, du scheust keine Herausforderung. Viel Glück. Okay. Ähm, mache ein Foto vom ersten Symbol am Strand von Ariel. Bei einem Besuch in der Nacht ist das Symbol besser zu sehen. Ah, okay. Aber vielleicht sehe ich es auch so. Ah, da ist das Symbol. Moment. Dann mache ich doch mal hier ein kleines Picture. Ähm, Bell. Stehst du jetzt tatsächlich hier neben mir? Okay, wir machen, wir machen ein Bild, bitte mit Zeigefinger. Ja. So, kehre zu Bell zurück. Wir sind da. Ja, du hast es geschafft. Äh, irgendetwas geschieht mit der Truhe. Sie leuchtet nun. Jetzt müssen wir nur noch drei weitere Symbole finden. Gibt es einen Hinweis, wo sie zu finden sind? Ja, in einer Nachricht heißt es, du wirst die anderen im Tal von Dreamlight finden. Eins ist in der Nähe von Wasserruinen, ein anderes unter den Augen eisiger Gipfel und das letzte findest du im dunkelsten Teil der Ländereien. Ja, oh, und bedenke, nachts sind sie besser zu sehen. Während du nach Symbolen suchst, werde ich das Biest bitten, die Truhe wieder in unser Heim zu bringen. Alles klar, wir können ja die Zeit verschieben. Das wäre jetzt auch kein Thema. Dann kehren wir mal ins Tal zurück. Und? Kehren wir auch irgendwann zurück, oder? Ja, die Ladezeiten, die werden immer länger in dem Spiel. Es ist auch faszinierend. So, ähm, unter den Augen eisiger Gipfel in der Nähe Ruinen im dunkelsten Teil des Landes. Also, der dunkelste Teil des Landes ist ja wohl eindeutig hier das vergessene Land. Dann werde ich jetzt mal... Moment, hier werden wir es wahrscheinlich noch nicht brauchen, ne? Und nachts ist es ja besser zu sehen. Es könnte natürlich sein... Ah, da ist es. Da haben wir es. Äh, mache ich Fotos. Machen wir. Jawohl. Wunderbar. Dann unter den Augen eisiger Gipfel in der Nähe von Ruinen im Wasser. Also, die Ruinen im Wasser, die sind auch klar. Die sind da unten. Ja doch, ich muss da. Mal schauen, ob wir hier schon die Dunkelheit herbeirufen müssen. Oder ob wir es so sehen. Vielleicht ist es auch hier irgendein... Ne? Bleibst du hängen, oder wie? Ah, das ist hier. Okay. Einmal Foto, bitte. Jawohl. Und unter den Augen eisiger Gipfel. Hm. Unter den Augen eisiger Gipfel. Also, eisige Höhen, ja. Ja. Jetzt ist nur die Frage, was mit den Augen eisiger Gipfel gemeint ist. Ah, okay. Dann haben wir es ja schon. Äh, ups. Ich wollte das so machen. Hör auf, so zu grinsen. Auch wenn es süß ist. Finger drauf. Genau. So möchte ich das. So, hol dir den Inhalt der Truhe aus dem Haus des Biests. Okay. Jetzt stellt er sich genau vor mich. Äh, so. Und jetzt mit Bell sprechen. Jawohl, mit Bell sprechen. Ähm, bleibst du mal stehen, bitte. Ja, hallo. Jetzt. Ich bin so froh, dass wir uns unterhalten können. Die Chroniken der Uralten. Es sieht ein bisschen wie ein Spiegel aus, aber es ist zerbrochen. Es sieht aus wie eine Art E-Reader. Also ein Gerät, das die Texte vieler Bücher enthält. Es tut mir leid, Bell, aber ich glaube, es ist kaputt. Wenn der Bildschirm funktionieren würde, könnten wir es vielleicht lesen. Ich habe alles versucht. Hast du weitere Informationen? Im Grunde ist es ein schicker Ziegelstein. Nee. Weitere Informationen? Nein. Keine meiner Nachforschungen ergab etwas in dieser Richtung. Das ist ziemlich traurig. Ich wünschte, ich hätte lesen können, was darin geschrieben steht. Du wünschst es dir, ja? Ich kenne jemanden, der gerne Wünsche erfüllt. Ich werde mit der guten Fee sprechen. Ich wette, sie kann helfen. Ja, bitteschön. Schauen wir mal, ob die Gute wach ist. Die schläft nämlich schon seit fünf Folgen. Nee, sie ist wach. Und sie trampelt sogar außen rum. Nein, bleib da. Nicht verschwinden. Verschwinden. So, geben. Hallo, meine Liebe. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, habe ich immer ein offenes Ohr für dich. Bell hat nach diesem Gegenstand gesucht. Es heißt, die Chroniken der Uralten und ist... Oh ja, ich habe schon viel über diesen wunderbaren Schatz gehört. Nun, wir haben es in einem... Wie wundervoll. Bell muss so glücklich sein. Die Sache ist die. Es ist kaputt. Sie ist am Boden zerstört. Oh weia. Wenn ich es nur einen Moment sehen könnte. Es ist das Ding, das ich dir gerade gegeben habe. Hast du? Oh ja, natürlich hast du das. Ich habe es... Richtig, wo habe ich es denn hingetragen? Ach ja, hier. Hm. Nun, das ist ziemlich seltsam. Es sieht fast so aus wie ein Spiegel. Ich habe nicht die leiteste Ahnung, wie es funktioniert. Aber ich vermute, dass es einen Riss hat. Ich bin mir sicher, dass ich das mit ein paar Kleinigkeiten reparieren kann. Mal sehen. Ich brauche eigentlich die Goldbahn, Vitaliskristalle, Traumscherben und einen Saphir für die Verzauberung. Oh, das sind tolle Neuigkeiten. Ich hole alles. Ja, sehr gerne doch. So, Saphir habe ich anscheinend schon einstecken. Dann gehen wir mal ganz kurz an unser Main Storage. So, wir holen uns einmal drei Vitaliskristalle. So. Dann brauchen wir... Achso, fünf Traumscherben. Wunderbar. Die sind schon parat gepackt. Und wir brauchen zehn Goldbarren. Und die stelle ich nicht her, weil ich habe so viele, dass ich die hier rausnehmen kann. So. Dann einmal die Materialien zur guten Fee. Jetzt habe ich gedacht, sie angelt. Das hätte mich jetzt gewundert. So, Hallöchen, hallo. Äh, bitteschön. Glückwunsch. Wieder eine gut gelungene Arbeit. Jetzt bin ich an der Reihe, meine Magie einzusetzen. Äh, bibidi babbidi busch. Äh, bittesehr. Es sollte jetzt so gut wie neu sein. Ah. Ich hoffe, dass das, was darin ist, Bels Träume wahr werden lässt. Jetzt lauf los, meine Liebe, und bringe es ihr. So, das hätten wir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, ja. So. Wo ist jetzt Belle? Da ist sie. So. Nein. Belle. Und einmal dahin. Bringe die Chroniken der Uelden zu Belle. Ganz schnell zu Belle. So, hallo. Nein, ich wollte nicht die Stöcke einsammeln. Ah. Die Chroniken der Uelden. Es funktioniert. Es war also nicht endgültig kaputt. Nein, es hat nur irgendwie geschlafen. Vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was darin ist. Aber als du weg warst, hatte ich eine Idee. Als ehrenamtliche Bibliothekarin der Dreamlight Bibliothek würde ich diesen Schatz niemals für mich behalten wollen. Er gehört in die Bibliothek. Das ist unglaublich großzügig von dir. Das ist nett, dass du das sagst, aber es hat mir nie gehört. Es gehört allen im Dorf. Bitte lege es in die Dreamlight Bibliothek zu den Stapeln von Büchern, damit jeder es genießen kann. Oh, dankeschön. Au revoir. Au revoir. Platziere die Chroniken der Uelden in der Nähe der Dreamlight Bibliothek. Jawohl. Das machen wir. So. Von daher einmal auf Inventory. Einmal hier drauf, einmal da drauf. Einmal drehen. Dann stellen wir das jetzt da, einfach hier so daneben. Vorerst. Kehre zu Bell zurück. Okay. Äh, Bell. Ja, hätte ich jetzt auch hinlaufen können, ne? Mei. Ich bin es jetzt schon so gewöhnt, ständig mich zu teleporten. Aber sie steht ja noch da. So. Kann ich dir helfen? Äh, danke. Ich bin so froh, dass jetzt jeder dieses wunderbare Buch genießen kann. Du bist so eine gute Freundin. Äh, du bist für mich auch eine sehr gute Freundin. Äh, das freut mich sehr zu hören. Danke dir und den anderen Dorfbewohnern habe ich es so sehr genossen, hier zu sein. Ihr gebt mir immer das Gefühl, dazu zu gehören. Ich habe wunderbare Bücher zu lesen und Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Wir haben in der Vergangenheit schon so viele Abenteuer erlebt und du hast sogar die Suche nach meinen Erinnerungen zu einem Abenteuer gemacht. Für all das und noch viel mehr möchte ich dir das hier geben. Oh. Oh. Schick, schick. Es ist ein Outfit aus Herrn Ducks Laden, das genauso außergewöhnlich ist wie du. Äh, nochmals, vielen Dank. Ich konnte es kaum erwarten herauszufinden, was unser nächstes Abenteuer sein wird. Das ist ziemlich beeindruckend. Schon, ne? Voll. Recht pompös, würde ich sagen, oder? Es schaut irgendwie cool aus. Ich lasse den Anzug an. Oder soll ich das Kleid anziehen? Ne, ich bin einfach keine Dame. Ich mag das. Das schaut cool aus. Wahnsinn. So, ähm, was nun? Was nun, was nun? Ähm. Wir haben auch noch hier, mit ihr haben wir auch noch zu sprechen, aber das machen wir das nächste Mal. Ähm. Das Biest. Alle hüpfen hier auf den Marktplatz oder auf dem Hauptplatz rum. Schauen wir mal. Eigentlich sollte das Biest mich ja immer noch begleiten. Das ist schon wieder rausgegangen. Das machen die oft, die Charaktere. Wo ist er denn? Hä? Er ist im Haus? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich meine, den kann man doch gar nicht übersehen, oder? Doch, da hinten hat er sich getarnt mit seinem Umhang. Danke, dass du mit mir sprichst. Ja, ja. Lass uns abhängen. Ja, willst du Zeit mit mir verbringen? Bist du sicher? Gut. Ja, möchte ich. Weil ich möchte ihn nämlich ausbauen auf die Stufe 10 möglichst. Und von daher werde ich mit ihm natürlich durchs Tal wandern. Wir haben von den Aufgaben her jetzt noch die eine Aufgabe von Ursula. Die Reliquien, die mir immer noch fehlen, zwei Stück. Und das Biest ohne Biss, das ist mit dem Sonnenuntergang. Also ich hoffe nicht, dass ich das dann gerade mache, wenn der Sonnenuntergang ist. Aber ich werde auf jeden Fall mit dem Biest unterwegs sein und schauen, dass ich ihn auf Stufe 10 aufbauen kann. Dann können wir nämlich seine Quests und Aufgaben auch durchziehen. So. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da. Lasst mir Kommentare da. Vergesst nicht, ein Abo auch da zu lassen, dass ihr keine Uploads mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.